Hey HR! Heute geht es bei uns am HR Espresso um den Webdesign-Guru und den Payroll-Executive, also die etwas ausgefalleneren Stellentitel. Behindern die mich beim Recruiting oder helfen die mir? Zwei Dinge muss man dafür unterscheiden, wo setze ich es ein? Offline oder online? In der Offline-Welt kann das durchaus nützlich sein, wenn es gut platziert ist und zum Beispiel im Vorbeigehen für so einen Aha-Effekt sorgt. Online ist das Urteil ganz klar. Nein, ausgefallene Stellentitel behindern euer Recruiting hier. Denn entweder es wird nicht danach gesucht oder wenn es doch gefunden wird, dann kann er oder sie sich darunter vielleicht nichts vorstellen. Und sogar noch schlimmer, es schreckt Bewerbende ab. Softgarden hat das in der Befragung herausgefunden, dass 83 Prozent der Kandidatinnen und Kandidaten sich einen Stellentitel wünscht, der informativ ist und schon einen Vorgeschmack auf die Stellenanzeige und die Tätigkeit liefert. Wie sieht also ein guter Stellentitel aus? A. Er ist kompakt, nicht länger als 60 Zeichen, Stichwort Google. B. Er ist informativ, er greift also ein bisschen was aus der Stellenanzeige, der Tätigkeit, der Aufgabe vorneweg. Und C. Er ist so formuliert, wie die Zielgruppe sich selbst auch sieht. Also Softwareentwickler statt Coding-Nerd und Softwareentwickler statt Software-Entwickler beispielsweise. Auch hier kann sich das Suchvolumen erheblich unterscheiden. Warum ist der Stellentitel so wichtig? Oftmals ist es die erste Schwelle, an der ein Kandidat sich entscheidet, trete ich überhaupt in die Candidate-Journey ein oder wird das hier nichts mit uns? Deswegen hier lieber auf die Begriffe setzen, die auch gesucht werden, die informativ sind und keine Fantasietiteln. Wie handhabt ihr das mit Stellentitel bei euch im Unternehmen? Ich bin auf eure Anregungen und Kommentare gespannt und sage bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf.